Hallo und herzlich Willkommen zum letzten Team mit DaluCard, der macht mich gerade noch meine Essen aus. Nein, also herzlich Willkommen zu GTA-Kanix-Stunt mit DaluMaru, Flock & Julie, Kona, Nils, Sleer, VpainV und Items4Sacred. Hallo, guten Tag. Und Annie ist auch dabei. Sachse hat nicht wieder GTA. Ne, zeig uns deine Fahrtkarte. Oh nein, oh nein, Gashebel. Nein, Sachse, nein. Ich wurde nach rechts geschoben, bin ebenfalls raus. Alles in Ordnung. Also, wir haben gesehen, wer war das große Auto? Ich, aber, ah! Es gibt keine Oh-Shits an Ö. Aber, ehm... Oh! Entschuldigung, Sachse! Also, wir haben ein schlimmes grünes Auto. Das war ich nicht. Ein schlimmes Auto. Nein, das warst du auch nicht. Oh! Was ist mit dem Auto kaputt? Oh Gott! Was ist mit dir los? Hey, das ist so geil. Lalo, du hast dein Essen aus. Einen gestört sich das Auto komisch, oder? Ja. Was machst du so? Wie würdest du dein Mikro bitte an Crabs weitergeben? Das ist zu mir leid, Anne. Ach so, ein richtiger schlimmer grünes Auto. Ja! Was ist das denn? Was ist das denn? Was denn? Oh! Oh, das ist wirklich komisch. Ja, ich bin gerade von zwei gegen die Röhre gefahren. Julie! Hey, was machst du da? Oh nein! Oh! Ja! Oh, ich bin auf Versehen, richtig! Ja, der Mann, der Mann! Oh Gott! Oh Gott! Der muss ja letzter sein. Oh shit! Oh nein! Jetzt gerade fliegen wir. Schaffst du, Sachse? Ach komm! Boah! Nein, Sachse! Oh nein! Das war irgendwie Kacke da vorne! Oh, das ist dieser Mistsprung, wo man auf dem... Ein schöner Schuh! Hallo Leute! Ich bin da noch... Ein sehr schöner Schuh! Ich bin da noch... Ich bin da noch... Ich bin da noch... Ich bin da noch vorbeigeflogen. Oh shit! Oh Gott, das ist... Oh Gott, das leute ich nicht! Hey, fuck jetzt bin ich hinten, Anne. Sachse! Oha! Ich hab's... Oha! Ich hab's leider nicht komplett gesehen, aber ja... Oha! Das ist ne neue Map! Das ist ne neue Map, oder? Ja, die ist letztes Jahr reingepatcht worden. Ah! Das ist echt neu. Ja, die ist ziemlich neu. Oh, 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 oh! Jetzt kommt noch das Fußballtor! Jetzt kommt das Fußballtor! Du musst jetzt Vollgas geben, Alex! Ja, mach ich! Oho! Und danach ein Tor schaust! Mit deinem Auto! Oh shit! Nein, ich will nicht ins Tor an. Das letzte Mal sieht man mit einem schnelleren Auto gefahren, bin ich der Meinung. Wieso? Weil wir da bis ins Tor geflogen sind. Oh shit. Das war alles klar. Ne, aber auch hier bin ich der Meinung. Ja, das kann natürlich sein. Oder weiter hinten oder so. Nein, 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 nein. Nur Gas? Gib doch nur Gas jetzt. Anne, du hättest rechts gewusst. Wo ist Payne denn? Payne ist hinter mir. Hast du ihn rausgehauen? Ich wollte den Platz vollkommen ran machen. Was ist denn mit Julis Auto passiert? Das wäre zuvorkommen von dir. Was sind das für komische Poller, die hier stehen? Ja, da darfst du halt nicht durchfahren. Das ist jetzt die schlimmste Ecke. Ja, ist da. Warum hinhört euch, ne? Oh nein. Ich könnte jetzt nicht rächen. Nils? Ja, ich kann nix tun. Oh tschüss. Ich kann nix tun. Es tut mir leid. Scheiß Windschatten. Willst du raus? Ja, Windschatten. Da steht der kleine Nils. Oh nein, da kommt das schlimme grüne Auto wieder, glaube ich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, wir sind alleine hier vorne. Rutscht. Hä? Da war ja eine Lücke. Hä? Ernsthaft? Ja, du hast... What the fuck? Du musst die Rampe genau mittig fahren. Das war nicht absichtlich unten dran. Ich kann nicht kratzen. Ne, das glaube ich nicht. Oh Gott, da ist eine Lücke vor der Rampe. Also das Auto übersteuert übel schnell, ne? Ja, nein. Das übersteuert das Auto. Ist der Motor Sound so laut. Alter, du bist bei mir rausgeflogen. Übersteuert schneller als Juri und ich. Besser als Flokkes Mikrofon. Halt dein Maul, ey. Juri's Hardcore auf dem Auto hier ist halt hart. Jetzt hab ich mich deinetwegen gedreht. Wo ist die Kapuze? Ich weiß nicht. Oh, Juri, what? Ja. Oh, Juri. Ich hab's nicht gewiggelt. Ich hab's nicht gewiggelt, oder? Ich weiß nicht. Ich hab's gewiggelt, gewiggelt, gewiggelt. Ja. Oh, Armin. Oh, shit. Nein, nicht schon wieder. Ich werd gestorben. Oh, shit. Oh, nein. Ich bin so beschissen da gelandet, ey. Du bist ja echt immer noch hier, krass. Ja, ich bin ja auch. Also ich hab mich nicht komplett gedreht oder sonst was, aber... Komm schon, ich krieg das, nein. Ich krieg das, nein. Ich krieg das, nein. Boah, ich hab's überlebt. Ich weiß auch nicht. Manchmal denk ich mir so, hab ich dieses Spiel jemals schon gespielt? Armin, du hast schon zweimal gewonnen. Ich erinnere mich an beide Siege. Als wären sie gestern. Dass du dich nicht an all deine Siege erinnerst, ist mir klar. Den Schatten hier gut oder schlecht? Naja. Armin war gut, war gut. Oh, oh. War gut. Okay. Da ist ja schon wieder da, dieser Rote hier. Ich hab hier wenig Leute vor mir und wenig Leute hinter mir. Ich bin mich isoliert. Ich muss brennen, ich hab gebremst. Guck mal. Na, du Jörg. Alex, du hast Platz. Ja, ja. Mach mal, als Erster schafft man diesen Sprung auf dieses Podest? Ja. Ja. Als Erster? Seit wann heißt du eigentlich so? Früher? Als Erster, keine Ahnung. Ja. Ja, ich halt immer so. Ja, man hat ihn jetzt nur hier vorne nie gesehen. Wenn's um erste Plätze geht, braucht ihr mich nicht fragen. Oh. Wieso? Jeder kann sich an deine zwei Siege erinnern, Anne. Jetzt, ne? Du nicht. Du warst vom Ersten noch gar nicht existent. Aber meine zwei. Mein Spiel hat sich minimiert. Hä? Ich wollte gerade sagen, ich war Alex weg. Du bist raus. Ja, mein Spiel hat sich minimiert. Was ist das denn, wenn man einen schwarzen Bildschuh auf einmal gehabt hat? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Super, ey. Was ist das denn für ein Überrasen wieder? Fahr doch mal weiter, Kundran. Ich presse mal Hank. Ja, ich... Alter, Kundran. Wieso? Nee, ich glaub, du hast ihn gerammt. Nein, er hat nicht gerammt. Ich bin mir nicht sicher. Alles Schiebung hier. Also, es war in meiner Perspektive aus... Das war so ein ganz leichter Check. Ah, nicht viel. Ach, nicht viel. Ist das noch Body-Check, ja? Kommt kein Sport raus. Oh, Felix. Hast du einen Sport? Ich glaub, der hat keine Ahnung. Nee, hab ich nicht. Jetzt bin ich siebter. Wie viele Leute waren denn hier noch, ey? Holy fuck. Also, ich bin elfter. Wie, du bist siebter? Wie, bin ich auch dahinten. Kundran, auf dem ersten Platz würdest du... Locker. Was war das denn? Ja. Alter, musst du... Der Cry-Suchlinger sein, ja? Ich hab den Schwung leider komplett verkackt. Ich hab's akustisch nicht verstanden. Du darfst nicht immer nur für Kundran sein, ja? Ja, dann zieht euch mal was G'scheites an! Jogginghosen. Mindestens einen im Trainingsraum. Oh, Idem's nur für Kundran da. Wer ist denn hellblau, wenn Kundran siebter ist? Wer ist das hinter mir? Du nicht. Wer hat meine Farbe geklaut? Warte mal. Grüne. Ist das Idem's? Hey, warte mal. Kundran ist nicht. Ja, ist Idem's. Ich bin Sechster jetzt. Eben war ich noch siebter. Wann hab ich denn... Ich hab keinen überholt. Eigentlich. Oh, sag's nicht. Du bist immer vor dir runtergefallen. Hi, sag's nicht. Warte. Ich suche immer draußen zu überholen. Null. Ich glaub, ich schaff's nicht. Nein, jetzt! Jetzt! Oh Gott! Warum land ich als siebter auf... Entschuldigung, ich bin Sechster. Alles gut. Oh, okay. Ich wollte nicht sehen. Hey, das ist mal wieder Zeit. Drecksköder, Alter. Drecksköder. Ach, Payne ist hier vorne. Das Köder? Nee, der ist aber nicht blau. Doch, Payne. Ja, von außen mit dem Rückspiegel sieht das halt manchmal... Wer hat das Idem's schon wieder gemacht, ey? Idem's stirbt grad schon wieder. Idem's... 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 Ich war schon wieder Anti-Made gegenüber Sachs. Der Arm ist so... Oh, als er ist jetzt versprungen, knapp. Den hab ich so weggeschossen, ey. Und... Da kommen auch alle wieder, ne? Oh, ist das... Wenn ihr in den Rückspiel... Hä, wer ist das denn da? Überrunden wir gleich einen? Nee. Wer ist das? Was? Überrunden wir gleich schnell. Was wär's bei Erster zu mehr? Ja, was ist das denn? Du kommst nur daher, ey. Überrunden wir gleich einen. Ich war schon die ganze Ruhe an der Erde. Was war weiter reingezogen, als ich dachte, Flocke. Oh, wow. Wir haben noch viel. Wir haben noch viel. Fing, ich komme mal. I-Beams. Das wird kein Sieg für mich. Amit-Beams. Ich will keinen Windschatten. Hör doch mal auf. Doch, willst du eigentlich. Ich will es deaktivieren. Deaktivier den Windschatten. Hallo. 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 Ja, ja. Das war die Rache für das nächste Mal, als wir ihn haben. Danke. Ab jetzt die... Alter. Ich hätte ihn locker raushauen können. Was machst du denn da auf der Strecke? Als du mich überholt hast. Nein, bitte nicht mich raus. Nein, nein. Ich bin sanft. Ich hab dich nicht rausgehauen. Ja, aber es gibt ja wohl genug Ereignisse, wo du dasselbe schon mal gemacht hast. Das war's mit den Pferdenrennen. Mit dem Pferderennen? Ja, keine Pferderennen. Zack, es tut mir leid. Halt's mal. Drei Wochen Lasagienverbröt. Lasagien? Hä? Wenn mir das meine Mutter aussprechen würde, würde ich sie im Keller einsperren. Und dann gibt's auch keine Lasagne. Nein. Achso, ist die Küche... Lasagne lasagne. Lasagne lasse ich dir nicht verbieten. Hallo? Ist die Küche im Keller, oder? Kannst du mir auch keine Luft verbieten? Ich glaub, Dalu setzt sich grad die rote Brille auf. Ich hab schon seit Jahren keine Lasagne mehr gegessen. Er hat jetzt so einen Terminator interventioniert, so. Ich werde jetzt immer ran. Egal auf welchen Platz. Entschuldigung, hast du das falsch gemacht? Aha. Das ging von alleine. Ja, ja. Stooli macht den Early. Oh, die Kapuze. Ja, Nullpunkte sind auch Punkte, ne? Ja. Also eigentlich nicht, aber... Ja, eigentlich nicht. Ich war grad... Gleiches Recht für alle Punkte. Auch Zehnerstellen haben Null. Ja. Ohne die Null wäre die Zehn nur ne Eins. Okay, jetzt wird's kompliziert. Alex Connected. Und mit zwei Null... Wird die... Nein! Bei mir steht wieder... ...herunterladen. Jetzt verkack' ich's Auto nicht. Jetzt aber das richtige Auto. Ja. Ja. Ich schaff' das hinbekommen ohne Kapuze. Ich haplottiere hier demjenigen, der das Falsche nimmt. Wieviel Rennen machen wir überhaupt? Bei pro Part. Bei? Ja. Ich will... Aber das ist auch erst seit letztem Jahrhundert so, Alex. Das ist kein Problem. Das ist... Relativ neu. Wer zeigt da den Stinkefinger? Damit du abdubate bist, Hexen werden nicht mehr verbrannt. Abdubate. Abdubate. Bist du dir sicher, dass Hexen nicht mehr verbrannt werden? Pffft. Der Mutte hier ist... Ich nehme doch. Wo ist eigentlich Shigo nochmal? Apropos Hexen. Die schwillen nie mit, wenn alle dabei sind. Wer ist eigentlich Shigo? Ah shit. Der Mutte hier springen. Juli, du musst da losfahren, Mann. Ja, hab's gemerkt. Kondran! Alex! Alex! Oh Gott! Alex! Wegen dir hab ich den Boost nicht, Jungen! Der Westen hat gegen die Mauer gefahren. Okay, Mann. Ja, weil Nils halt auf mir war. Das leicht geht. Ich weiß nicht, ob ich... Läuf! Alles Gute kommt von oben! Triff ich irgendwen? Du bist gerade runtergefallen. Hast damit deine Aussage schon entkräftet. Oh nein! Mist! Die Flocke ist von der Map gesprungen. Flocke war das. Okay. Oh, was geht's? Ja, ich hab wieder gerufen. Ja, ich hab wieder gerufen. Alles klar. Heißt das mittlerweile ist ein typischer Flocke, kein typischer Items mehr? Das ist gut. War das jeweils anders? Ja. Ja. Wo wir gerade so schön um die Kurve fahren. Wo ist Manus? Hallo! Wow! Die Beams! Oh mein Gott! In dem Moment! In dem Moment! Ja, weil du brennst doch nicht! Ja, ich wollte rückwärts! Was sagst du denn? Was sagst du denn? Sagst du denn? Mann, aber ich wollte... Hallo! Mach die richtige Richtung, ihr Flappzang! Ja, aber ich muss erstmal dorthin! Was ist denn hier los? Zieh mal diese Geisterfahrer, ey! Zieh mal diese Flachzangen! Ey, ich kann mit denen kein Looping machen! Was ist das denn? Salto! Salto! Was, wir machen jetzt ein Salto? Looping! Alex! Ich hab zu früh gesprungen! Oh geil! Ich falle! Ich kam da! Das tut mir sehr leid, Alter! Wer war das denn da? Du musst hier den Fallschirm überzünden! Kann ich ja nix fühlen! Du musst dich nicht aufgelösen! Du brauchst gar nicht! Mit dem Fallschirm hab ich nicht gesenkt! Du fällst mir da aber auch einfach schlimm drauf! Und dann kommt ich auch noch runter! Wer ist denn ganz vorne? Grün, ne? Hunde! Boah! Wie farb! Ja, ich seh dich da vorne dran! Boah! Alter! Alter! Was war das denn? Was ist denn da für ein Hund verpasst? Der Dado hat's gesprungen! Oh shit! Da ist Hunde dran, oder? Da vorne? Ja! Alter! Oh mein Gott! Er hättest auch noch schaffen können! Rain und Maru! Also selbst ohne Bruce kannst du die Rampe schaffen! Ja, ich flieg ja auch noch! Ich bin ja stehen geblieben zu auf der Rampe wieder weitergefahren! Ja, ja genau! Also tut mir leid, aber den letzten Platz hab ich mir heute reserviert! Hallo Kunden! Ich will mich auch damit immer auf den Schlips drehen! Guten Tag! Den geb ich dir gerne! Oh mein Spielmini weht sich eh gleich wieder! Nein! Ist okay! Dann boost mich einfach noch ein bisschen vorher! Stimmt, er hat es ja gesagt, dass er so macht! Oh mein Gott! Sagst du, fahr doch mal gegen die Wand da vorne! Ah! Wenn du auf deiner Spur bleiben könntest! Ja, ist ein bisschen blöd irgendwie! Ja, das passt noch, oder? Ist letzte Kurve, ne? Danach! Also wenn ihr jetzt rechts abbiegt... Ist das Point to Point! Ja genau! Sobald ihr rechts abbiegt, ist das die Zielgerade! Oh oh! Das könnte jetzt schief gehen! Ne, es passt! Ist bestimmt ein Trick! Ist bestimmt keine gerade Zielgerade! Ne, es ist auch nicht nur gerade! Ne Zielkurve! Das ist auch noch ein bisschen eck! Das freit einen, die halten die Mitte! Ja, ja! Schön, dass wir auch immer Nase an Nase hier fahren! Und keiner bewegt sich irgendwie vor! Das Problem ist, ich werde vorspieler Nils fahren! Springen oder fahren? Springen oder fahren? Springen, komm! Ich glaube, man hätte einfach durchfahren können! Da passen wir beide durch! Wenn du die Kisten stoppst! Echt? Ja! Ein bisschen aber nur, oder? Ja! Ja, aber so weit, dass wenn einer genau hinter dir ist! Zum Beispiel, ich werde jetzt dies gleich ran mit dem Winch hatten! Oh! Dann haben wir den Winch rumgeschafft! Das war aber knapp! Oh Gott! Oh oh! 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 Ich schaff's nicht! Oh! Oh! Das ist ja wie kegelnd! Ja ich bin auch gerade einfach los! Oh! Das ist ja, wenn ich jetzt den Fallschirm treffe! Ich hab einen Fallschirm abgefahren! 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 Wir machen den Wegstreich! Okay! Okay! Oh! Jetzt aber wieder! Ne, jetzt hab ich kein Winch hatten! Ha! Okay! Ich hätte nicht raussäumen können, Alex! Ja! Immer noch für selbes Spot! Hallo Anne! Hallo Anne! Hallo! Hallo! Hallo Siebplatz Anne! Nein! Ich hätte jetzt einfach auch rankommen lassen können in der Enge! Ja ja! Ich wurde ich leider nicht mehr an! Alle haben den Regenbogen falsch hier! Weil der Standard ist, oder? Ja! Stunny! Nein, weil der so schön ist! Okay! Der ist so gut! Der ist so gut! Der ist so gut! Der ist so gut! Das ist... Oh! Nein! Das Auto ist zu langsam, glaube ich, dafür, oder? Oh, der letzte Strick, oder? Nix gibt's! Nix gibt's! Das hätt ich fast noch aufgesetzt auf deinem Kopf! Oh, ho, ho! Oh, ho! So, hier sieht man jetzt die Kart-Profis gleich auf dem ersten Platz. Fuck, girl on fire. Was hab ich mit Kart-Profi zu tun? Ich wollt grad sagen. Die waren vorne jetzt da. Die Achtziger haben angerufen, sie waren in der Kleidung zurück. Was hab ich? Cooler Deathhawker. Anne, du bist dran. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es leichter, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.